Didi, es geht Schlag auf Schlag nach dem Gastspiel in Salzburg am Sonntag in Graz. Immer ein emotionales Duell, dieses Mal von besonderer Wichtigkeit. Es geht um Platz 2. Kurzer Ausblick von dir, was dürfen wir uns erwarten? Ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, dass das sicher wiederum ein sehr intensives Spiel wird. Wir haben in den letzten Spielen einen Sturm, das war wirklich immer sehr zweikampf betont, sehr viele zweite Bälle natürlich und haben da natürlich das Ziel, dass wir das fixieren, aber brauchen dadurch eine gute Leistung. Aber das glaube ich sage ich schon jede Woche. Der Sturm hat sicher Lunte gerochen, sind auf drei Punkte jetzt herangekommen durch den Auswärtssieg in Tirol. Bisschen eine Einschätzung von der Stärke dieser Mannschaft. Wir haben vor kurzem hier ein Remis gespielt in Überzahl. Was macht Sturm gefährlich? Wo siehst du Chancen? Die Arbeit gegen Polen ist für einen wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Da wollen sie wirklich den Gegnern kaum Luft geben, dass sie da einen gezielten Spielverfahren machen oder dass sie da wirklich kontrollierte Bälle spielen können. Also da müssen wir schon sehr vorsichtig sein, dass wir da im Wahl auch darauf gefasst sind. Aber ich denke, dass sie auch mit Jeboa und mit Jancscha gute Offensivspieler haben in Kitaschwili. Es ist eine gute Mannschaft und sie stehen auch dort, wo sie stehen. Aber wir haben eine sehr gute Mannschaft und es wird ein enges Döwen und vielleicht nur Kleinigkeiten entscheiden. Dein Trainerkollege aus Innsbruck, oder aus Wartens besser gesagt, der Thomas Silberberger hat nach dem Spiel gesagt, am Schluss war Sturm, quasi stehend K.o. Kann das ein Vorteil sein für deine Mannschaft, weil du doch möglicherweise frische Kräfte bringen kannst? Ich glaube, so darf man das jetzt nicht sagen. Wenn wir jetzt einen Gegner so bewerten, dass er sagt, sie sind stehend K.o. Ich glaube, die wissen ganz genau, mit einem guten Spiel haben sie die Möglichkeit, dass sie fix qualifizieren. Sie sind wahrscheinlich schon fix qualifiziert für den Europacup. Aber generell, denke ich einmal, man will rapid schlagen. Wir wollen Sturm schlagen, wir wollen ein gutes Spiel sehen. Und natürlich, wenn der Ausgang für uns ist, wäre es eine absolut gute Geschichte. Du hast noch ein paar, die heute noch nicht grau sind. Wie viele graue sind dazugekommen jetzt, im Gedanken an die Aufstellung am Sonntag, weil doch deine Stamm-Innenverteidigung fehlt? Naja, natürlich ist es so, dass das leider im Fußball mit den Spären dazukommt. Und ich denke, wir haben aber einen Kader, wo ich sage, die können das auffangen. Und deshalb, wenn ich jetzt da verzockt war oder wenn ich nicht an die Spieler glauben würde, dann habe ich ja alle zwei Jahre, was ich es heute mit den Burschen, wo wir es gut gemacht haben, wäre ja alles eigentlich nicht der Wort entsprochen, sagen wir es so. Der ehemalige Mitspieler im Nationalteam, Donny Pfeffer, weiß nicht, ob du das gehört hast, überhaupt im Nachgang zum Match in Salzburg ein großes Sonderlob ausgesprochen, seinem niederösterreichischen Landsmann, den Leo Kreiml. Bestätigung, dass wir da auch in der zweiten Reihe gute Burschen haben? Ja, natürlich. Also der Leo ist ja nicht zu Unrecht hochgezogen worden, also hat ein unglaubliches Herz, hat eine unglaublich gute Zweigamsteigung, ein sehr gutes Kuppelspiel und der Bauer macht seinen Weg und ist noch immer sehr fokussiert. Und das ist für einen Profifußballer eine sehr, sehr wichtige Sache. Ein anderer junger Spieler aus dem eigenen Stall, der zuletzt eigentlich immer sehr gut gespielt hat, war der Kelvin Rase, der hat jetzt in Salzburg gefehlt, war auch nicht auf der Bank. Müssen wir sich Sorgen machen um den Burschen? Nein, ich glaube, dass er durchaus wieder dabei sein kann. Er ist ähnlich wie der Leo. Sie haben das Herz im rechten Pflege, investieren alles, was sie haben, in das Match rein und in ihren Körper. Und das ist, glaube ich, dann schon einmal eine große Hilfe, dass man dann Profi werden kann, Profi sein kann und lange sein kann. Letzte Frage, ist mir zumindest aufgefallen, in Salzburg beim mit Abstand stärksten Gegner hast du fünf Spieler quasi aus dem eigenen Nachwuchs in der Startelf gehabt, plus ein Debutant ist reingekommen. Ein Zeichen, dass du unseren eigenen Burschen besonders vertraust? Ich glaube, das habe ich in den Jahren davor auch überall bewiesen, wo ich war. Ich glaube, ich habe immer gesagt, wenn die Nachwuchsarbeit gut ist, bin ich der Letzte, was Spieler nicht einsetzen wird, wenn sie natürlich auch etwas dafür tun. Also es wäre jetzt fatal, wenn ich sagen würde, ich setze ihn nur, weil er jung ist und weil wir an mehr sind, sondern die Jungs müssen schon ihre Leistungen bringen. Sie bringen sie und dadurch haben sie auch das Recht zu spielen. Ich sage vielen Dank und alles Gute am Sonntag.